Niemand mag Wölfe, Niemand. Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Cheesy Channel. Ich bin der Gouda und wir spielen heute Fall Guys als wunderschöne Taube. Dann tauen wir mal los. bin gespannt ob wir dieses mal eine wunderschöne krone für uns gewinnen können denn tauben mit kronen wie ihr alle wisst sind wunderschön sind die schönsten tauben die ich je gesehen habe aber nur wenn sie kronen haben und als ganz kostüm die taube sieht eigentlich ganz nice aus man kann leider die farbe nicht ändern ist ja nämlich noch ganz ganz geil und die farbe abändern könnte zu einer roten taube zum beispiel türenlauf okay wir starten scheint in der zweiten oder dritten reihe ja in der dritten ok sieht doch gut aus doch nicht der aufscher auf taube geschafft geschafft ja und das geht auch das geht auch 100 prozentig das nur zwei tote oh mein gott die ganze polk rennt da rein gehen nach rechts und drüber und hier rüber ja nein vergessen zu spielen ok hier rüber hier rüber in den polk in den polk jump rein ja aufstehen hey du blöder wixer die sind kaktus unglaublich die tätschen ein immer in den tauben marsch nur weil er so schön aussieht heißt das nicht dass man den anfassen darf ich habe mich welcher kaktus das war von den beiden bösen ich glaube der echte mit dem topf und hat wieder gehortet zwar die eier die tauben eier meine und wir sind in der gruppe blau nicht die eier meine freunde ja 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 ja, nein 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 das ist mit blau oh mein gott gelb hat nicht mehr so viel ja den haben wir den haben wir mehr wir brauchen mehr ja stimmen alle ja über den zauber wenn es noch schnell hinter die linie den habe ich dann habe ich und der wird jetzt noch vorne gewollt an dem vorbei und auch an dem vorbei nein 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 gelb gelb kommt schon verlängerung okay wir schieben den jetzt einfach schieben einfach schieben nein ja blauer ist einfach noch geschafft nein schnell rüber was ich habe den doch rüber geschossen hatte das schade schade man es war so verdammt noch mal so knapp so so knapp nächste runde nächste runde schaffen wir das und da fliegen wir los und wenn noch mal sowas passiert und die blauen auf den tauben arsch gehen dann werden die voll gekackt so einfach werden einfach voll gekackt nächstes mal grebel ich die alle an ohne gnade langsam reicht mir das an definitiv meine tor fast wieder verlängerungen aus kohle das womit ich richtig das womit mich richtig okay vierer taugengespann als erstes das wird easy geschafft ok 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 super sauberer run sauberer run sehr gut schön in die mitte schön in die mitte oh nein mach lieber zu gelb also doch lieber zu blau ja bei blau bleibe ich ok jetzt zu lila ja oder scheiß blaue ja wir gehen zu gelb rüber rüber und rüber und das einhorn rüber und geschafft jetzt mal gucken wenn wir so jauhnsty hi MUSIC 記 makan kaka hij im da oben lassen wir durch tauben sind unsere freunde aber dosen nicht niemand mag mal für niemand ok ich kann rüber und dann wird noch mal so drum getatscht ich hoffe es auch noch rüber gucken ob wir noch jemanden aufhalten können nein du kommst du dich bleib hier okay wir müssen rüber zu zauber knapp geschafft also ist die taube nicht rein stehst nicht die dummen tauben müssen jemals so eine scheiße machen 35 qualifiziert was folgt als nächstes auf wen kacke ich jetzt wie gut es war zwei wölfe niemand mag wölfe ich mag keine wölfe ich bin eine taube wir sind erzfeinde er ist ein prädator und ich ein süßer vielleicht nerviger vogel ok unser ziel ist es alle wölfe rauszuschmeißen ok double double taubo double taubos oh das ist ziemlich schnell grab grab die wölfe angrebe da ist er runtergeflogen da ist er runtergeflogen da jetzt rüber und den angreben ok ok grab grab die hut ok hier rüber wieder hier rüber und wieder hier rüber da ist ein wolf niemand mag wölfe wir sind so wie wir sind nervig das macht uns aus ok ok hier ja ich bin mir sicher ok doch nicht ok Drabble Drabble alle anlatschen ja den Wolfram halt doch er kam da einfach angejumped ja ein Datschen oh nein 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 und rüber nice zwei Leute umkommen schon wieder sehr nice ja der Schöne kann man noch und nur noch zwölf und jetzt das Finale oder noch eine Teamrunde das kann nicht aufgefallen aber die schweben überall Kameras ok ja ok Sturzball 6 gegen 6 wer wird gewinnen ok Taube gegen Taube ok das kriegen wir hin und nein 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 oh mein gott mein gott Der Nice Eye, haltet den auf, haltet den auf! Nein, nein, nein! Nein! Oh, das ist ein Eigenkorps! Ja, super! Oh, fast! Fast hätte ich mein Team... Nein! Nein, ja, 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 da kommt er und den kriegen wir hin! Nein! Okay, wir bleiben weiter hinten und schauen wir uns das Ganze ein bisschen weiter von hinten an. Ja, sehr nice! Ja, den kriegen wir, den kriegen wir! Oh, zack! Ja, sehr nice, der ist ein Tor! Und zurück in die Mitte! Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Und der nächste, oh nein! Ja, ja, sehr nice! Und gleich nochmal! Ja, sehr nice! Ja! 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 Einfach ins Tor rollen! Nein, 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 nein! Ja! Ja! Sauber! 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 und gleich noch mal und geschafft damit 23 richtig schön zurück macht sehr sehr jetzt kommt das finale und werden wir es schaffen welche arena wird uns erwarten können wir das schaffen wir schaffen das riesen patzer ok wir holen uns den schweif ok wir starten direkt neben dem schweifer und den mann wir direkt abschweifen und go ok hierhin geht doch hoch wieso geht genau abgeschweift ok ok ja wir gehen hier hoch und abgeschweift ah das war ne dumme idee ok hier haben wir den Schweifer ja abgeschweift ja oder gräbeln alle an einem rum okay schaffen es schaffen es nein wieso ist das so schnell nein 15 sekunden nein gewonnen schade schade sehr knapp gut wenn er dadurch durch diesen knappen sieg richtig cheesy auf die nächste folge seid dann lass doch ein like und ein abo und über einen kommentar würde ich mich auch freuen also